Die Gewinner sind... Könnt ihr euch noch an Eva und Daniel erinnern? Die zwei haben den großen Rock'n'Roll-Einrichtungs-Wettbewerb gewonnen. Wir sind jetzt heute extra nach Weibling gefahren, weil wir total neugierig sind und wissen wollen, was aus den Möbeln und dem sympathischen Paar geworden ist. Gott sei Dank kann man nicht beim Möbel hochtragen helfen müssen. Hi! Hi! Ich habe tatsächlich schon ein paar Mal was gewonnen, aber so was Großes wie das natürlich noch nicht. Es war natürlich auch überwältigend. Wenn du zurückdenkst, was kommt, welche Situationen kommen dir als erstes in den Sinn? Ich glaube tatsächlich die Anfangssituation, da war ich ein bisschen geschockt, dass er da auf einmal so im Sprint da oben rum und zack, das nehmen wir jetzt, zack zack. Wo ich erst so dachte, okay. Und auch der Punkt, wo er sich immer voll sicher war mit dem Geld. Und ich dachte so, weißt du was du da tust? Jetzt warte mal, was haben wir jetzt schon? 1.320 sind wir klar. Ja, aber er hat ja Glück gehabt am Schluss, also. Das passt echt gut rein. Passt eigentlich alles, was wir ausgesucht haben, hat einen Platz gefunden. Ja. Also haben wir schon so. Ist dann eigentlich auch voll drauf gefreut. Also ich würde auf jeden Fall allen raten, damit es machen. Also ich finde man lernt sich selber auch nochmal ein Stück weit besser kennen in sämtlichen Situationen als das. Und natürlich hat es super viel Spaß gemacht mit euch als Team und auch mit dem ganzen Möbelrock-Team. Das war einfach eine coole Sache und auch eine super Erfahrung. Tschüss. Die sind ja so süß. Der nächste Einrichtungswettbewerb ist schon geplant. Vielleicht lernen wir uns dann kennen. Wenn ihr Lust habt, dann schreibt doch schon mal in die Kommentare, ob ihr euch vorstellen könnt, beim nächsten großen Einrichtungswettbewerb dabei zu sein.